Haben Sie denn Ihre Weihnachtsgeschenke schon perfekt? Ist denn schon alles da? Oder brauchen Sie noch Ideen? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich auf Ideensuche gehe, dann will ich immer das Beste vom Besten. Und hier sind Sie genau richtig, wenn Sie das Beste vom Besten suchen. Es geht nämlich um das Beste aus dem Katalog. Und was jeder wirklich braucht, das ist eine Türklingel. Meine Mutter braucht auch eine Türklingel, aber sie hört sie immer nicht. Das bringt mich zur Verzweiflung. Ich habe tatsächlich auch schon eine Türklingel geschenkt. Ich weiß es ja nicht, wie es Ihnen geht, wie hoch Ihr Haus ist, wie viele Etagen, welche Lösungen Sie suchen. Oder ob Sie auch eine Mama wie ich haben, die vielleicht Unterstützung braucht, um alles zu hören, die vielleicht auch mal in einer Etage oben drüber ist und dann die Türklingel nicht hört. Wir haben für Sie die Lösung. Kathi hat sie. Und zwar eine Türklingel, die man mal eben schnell installieren kann und zwar völlig kabellos. Und die braucht auch keine Batterien. Das ist super, oder? Die machen Sie mal eben ruckzuck fest zwischen der Tür und Angel, könnte man beinahe sagen. Das ist wirklich sensationell. Funktioniert mit Kinetik, also der Schalter. Sie sehen das, das ist Ihre neue Klingel-Einheit. Und draußen angebracht oder natürlich auch im Innenbereich. Weil das kann man jetzt nicht nur wirklich draußen als Klingel verwenden oder vielleicht auch mal eine Einliegerwohnung oder so etwas. Wenn man da, wie du gesagt hast, vielleicht die Mama auch im Haus wohnen hat oder so und man da eine zusätzliche Klingel braucht, sondern natürlich auch vielleicht als Notfallklingel auch mal am Bett ist das ganz ideal. Das zeigen wir Ihnen gleich. Das funktioniert hier alles mit Kinetik. Sie sehen, hier ist kein Batteriefach, kein gar nichts. Das hier kann einfach mit einem doppelseitigen Kleber, der ist auch für Sie im Lieferumfang mit dabei, einfach angebracht werden. Und hier durch den Druck, also durch diese kinetische Energie, wird hier das Klingeln ausgelöst. Ich zeige Ihnen das einmal, also einfach drücken, zack und schon hören Sie, wird hier geklingelt. Und zwar unser toller Funkempfänger, der reagiert hier sofort. Wir haben für Sie zwei von diesen Empfängern mit dabei. Und den einen habe ich hier schon mal eingesteckt. Das Schöne an diesen Funkempfängern ist, die werden einfach jetzt an die Steckdose eingesteckt. Und zwar an die Steckdosen, muss ich ja sagen, weil es sind ja zwei, die Sie möchten, in Ihrer Nähe. Zum Beispiel dann eine im Schlafzimmer, damit Sie es auch perfekt hören. Oder da, wo Sie sich gerade aufhalten. Wenn Sie jetzt sagen, oh, ich gehe immer runter in den Keller und bin da am Wäscheaufhängen. Und immer, wenn ich Wäsche aufhänge, da bin ich so beschäftigt, da höre ich das nicht, wenn oben der Paketbote kommt, nehmen Sie einfach Ihren tollen Empfänger mit runter in den Waschkeller, stecken den in dem Moment, wo Sie Wäsche aufhängen, da in die nächste Steckdose ein. Und wenn dann, da der Paketbote kommt und klingelt oben an der Tür, dann hören Sie natürlich, dass der klingelt. Und Sie können auch das hier visuelle Signal wahrnehmen, weil Sie können natürlich hier dieses Leuchten anstellen. Sie können es sogar blinken lassen, wenn Sie möchten. Also auch wenn jetzt jemand schlecht hört und dieses Klingeln nicht wahrnimmt, kann man es natürlich auch visuell wahrnehmen, wenn Sie das möchten. Ja, und Sie können natürlich, ich habe jetzt hier eine schöne Melodie für Sie gewählt, Sie haben es gehört, das klingelt hier ganz fantastisch. Ich kann hier zwischen 58 Tönen wählen. Also ich kann hier auch umschalten, wenn ich möchte. Ich kann hier was Fröhliches wählen, wenn ich möchte. Ich kann hier natürlich auch so ein bisschen was Fetziges. Happy Birthday! Happy Birthday! Ja, das könnte man einstellen, wenn man es zum Geburtstag verschenkt, gleich als erster Klingelton. Toll! Wir sind hier sogar Weihnachtslieder dabei. Das haben wir sogar auch. Ganz tolle Klassiker sind mit dabei. Also 58 Klingeltöne, die man hier einstellen kann. Wirklich spektakulär für jeden was dabei. Die Lautstärke können Sie hier an der Seite einstellen. Wir haben vier Lautstärken mit dabei, die Sie hier einfach an der Seite einstellen, so wie Sie es haben wollen. Vielleicht auch mal ein bisschen leiser oder ganz, ganz laut. Sie können sogar, wenn Sie möchten, das visuelle Signal ausstellen oder auch, Sie sehen es, nur auf das visuelle Signal einstellen. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Vielleicht schläft gerade jemand. Ja, genau. Das ist natürlich auch mal, vielleicht hat man auch mal die Enkelkinder da, vielleicht mal ein Baby im Haus, das gerade schläft oder jemand ist vielleicht auch gerade krank. Vielleicht arbeitet Ihr Mann vielleicht auch in Nachtschicht und schläft tagsüber und man möchte mal nicht, dass die Klingel losgeht. Dann kann man das auch mit einem Tastendruck hier an der Seite einfach auf dieses visuelle Signal umstellen. Und dann sieht man nur das Blinken und dann weiß man, es hat gerade jemand geklingelt. Es blinkt, das hat man dann sofort vor Augen und trotzdem bekommt man Zeit mit, dass jemand geklingelt hat. Das ist fantastisch. Sie haben für 25,56 Euro den Taster mit dabei. Der ist kinetisch, der braucht keine Batterien, der funktioniert immer. Durch diesen Druck wird hier Energie ausgelöst. Und Sie haben zwei von diesen Steckdosenempfängern dabei, die hier 58 Töne haben. Tolle, tolle Töne, die Sie einstellen können, die auch das Blinken mit dabei haben. Sie haben zwei Stück, die Sie wirklich in jede Steckdose einstecken können, egal wo. Und das kann man ja überall verwenden. Ich finde das wirklich fantastisch. Also natürlich als ganz normale Klingel an Ihrer Haustür, wenn Sie wollen, aber auch zusätzlich. Vielleicht dann auch für die Kellertür, für eine Gartentür. Vielleicht haben Sie auch einen Schrebergarten. Oder wenn Sie halt wirklich ein großes Haus haben, was über viele Etagen geht. Da ist es manchmal so, dass man das nicht mitbekommt, wenn es da irgendwo klingelt. Nehmen Sie das zusätzlich dann für Ihr Haus. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Zwei Stück. Kathi, sag mal, wenn das zwei Stück sind, dann könnte ich auf der einen Etage zum Beispiel die Weihnachtsmelodie spielen und auf der anderen Etage eine neutrale Melodie. Selbstverständlich. Kann sich jeder seine Melodie aussuchen. Ja, selbstverständlich. Also zugreifen. 25,56 Euro. Aber ganz schnell. Ja, du kannst auch einen dann davon, wenn du den einen zum Beispiel im Schlafzimmer hast, kannst du einen einstellen auf nur dieses blinkende Signal, dass der wirklich gar nicht auslöst. Also nur mit dem Blinken anzeigt, dass da jetzt geklingelt wird. Den anderen aber auf eine Melodie einstellen. Das geht auch. Also das ist wirklich fantastisch. Also super toll. Für 25,56 Euro wird halt sehr, sehr gerne dann genommen. Wenn du halt wirklich an der Kellertür oder hinten fürs Gartentürchen nochmal eine Klingel haben möchtest. Oder halt wirklich so als Notfallklingel auch am Bett. Also das ist ja ganz oft, dass jemand vielleicht dann auch ein bisschen länger wettlägerig ist, krank ist. Man möchte so eine Notfallklingel am Bett haben. Die kann man ja ganz leicht am Bett dann auch. Da kommt dieses doppelseitige Klebeband mit zu Ihnen nach Hause. Kann man einfach am Bett mit befestigen. Das kennt man ja auch aus den Senioreneinrichtungen und den Krankenhäusern. Da gibt es ja auch immer diese Klingeln am Bett. Und wenn dann irgendwas ist, kann man drücken. Und Sie dann natürlich, wenn Sie die nahestehendste Person sind, die sich dann auch kümmert. Sie können das ja in der Wohnung immer mit sich mitnehmen. Das ist ja das Tolle. Sie führen das einfach mit sich. Und gerade wo Sie sich aufhalten, wenn Sie in der Küche sind, stecken Sie es da in die Steckdose. Wenn Sie im Wohnzimmer sind, stecken Sie es da in die Steckdose. Und hören dann immer direkt, wenn geklingelt wird. Weil da nehmen Sie es dann auch wahr. Und bekommen dann direkt die Benachrichtigung. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Also natürlich als normale Haustür, als normale Klingel für die Haustür, für jede Wohnungseingangstür, aber auch als Notfallklingel. Ja, und es ist kein Wunder, dass das zu den besten Sachen aus dem Katalog zählt. Also ich kann mir vorstellen, dass da schnell jemand, also kann eigentlich jeder brauchen, wenn ich mir das überlege. Sobald du nicht alleine wohnst oder sobald du mehrere Etagen hast, dann brauchst du eigentlich auch sowas. Und gleich mit sich nehmen können, den Empfänger. Das ist überhaupt die genialste Idee schlechthin. Die Bestellnummer ist die PX 33 95 5 6 und die 9. Unbedingt gleich in die Leitung gehen. Wer weiß, wer alles noch auf die Idee kommt. Es ist ein Bestseller. Das Beste aus dem Katalog. Sie bekommen ihn zu diesem tollen TV-Sonderpreis noch zwei Stunden im Anschluss an die Sendung. Sie brauchen einfach nur neben dem Livestream auf der rechten Seite anschauen, welche Artikel da noch drin sind. Da werden Sie diese Funktürklinge, vor allem die auch batterielos ist, die werden Sie da auch finden. Also zwei Empfänger. Sie können jeden Empfänger auf einer Etage zum Beispiel unterbringen. Sie können sie unterschiedlich mit den Tönen einstellen. Vielleicht einer ohne, einer mit. Sie können ihn mitnehmen, wenn Sie zum Beispiel duschen gehen und sagen, da höre ich nichts. Dann sehen Sie es aber wenigstens. Und Sie haben untereinander auch wirklich 150 Meter Funkreichweite. Also das ist fantastisch, 150 Meter Funkreichweite. Und dann einfach, wenn man drückt, dann hören Sie sofort immer, wie es klingelt, beziehungsweise Sie sehen es, je nachdem, was Sie eingeschaltet haben. Lautstärke auch regulierbar. Das ist ganz, ganz toll. Und 58 Klingeltöne, die Sie einstellen können. Ja, das ist natürlich auch ein schöner Klingelton. Also Sie können sich da wirklich mit amüsieren, welchen Klingelton Sie lieben. Und wenn irgendeiner der lieben Zuhause den Klingelton nicht mag, dann soll er seinen eigenen einstellen. Ja. Gleich in die Leitung, gleich anrufen. Das Beste aus dem Katalog. Ja, ich bekomme ja anderen Besuch von der Kathi. Da müssen Sie immer, wenn jemand an der Tür steht oder wenn jemand Ihre Hilfe braucht, sofort in die Leitungen. Es ist ein tolles Weihnachtsgeschenk und auch so gut zu gebrauchen. Viel Spaß damit. Das Beste aus dem Katalog.